Hallo, hallo, hallöle, zur niegelagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Und noch immer sind wir in der Übergangsphase. Projektübergangsphase bedeutet so viel wie, wir machen irgendwie alles, worauf wir Bock haben. Wir haben gar keinen Druck, wir müssen nichts besprechen, wir können aber einiges besprechen und genau das tun wir auch. Denn obwohl wir ja eigentlich einen Schritt zurückgetreten sind, mal so ein bisschen runterfahren, uns vielleicht zu Hause mehr so um unsere Lieben kümmern, dem Homeoffice frönen und ja letztlich einfach vielleicht auch mal Piles of Shame abarbeiten. Und glücklicherweise habe ich eine ganze Menge Redakteurinnen und Redakteuren im Team, die halt mega Bock haben, noch neue Beiträge zu machen, die sich jetzt aktuell auf Netflix und Co. stürzen und die hatten halt der Bock, hier noch Besprechungen für euch zu machen. Und wir haben ja außerdem auch ziemlich geilen Zugang zu diversen Pressescreenern von wirklich allen relevanten Streamingportalen, die es gibt. Das sind unter anderem eben auch Netflix. Da haben wir jetzt ganz regulär, obwohl das einfach vorab jetzt kein Thema war, uns The Platform angeguckt. The Platform ist ein Film, den ihr wie gesagt ganz aktuell auf Netflix bekommt, heißt auf Deutsch Der Schacht und ist ein Film, den sich Torben und Till gegeben haben. Die beiden wollten da unbedingt drüber sprechen und genau diese Besprechung kriegt ihr jetzt von mir auf die Ohren. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Waves. Und Waves ist wieder so ein Film, der hatte natürlich Presseverführungen. Der lief auch schon in Sneak Previews und wir waren eigentlich echt ganz gut vorbereitet. Wir haben vor einiger Zeit auch schon die Besprechung aufgezeichnet. Ja und plötzlich heißt es, okay, wegen Corona ist der Kinostart nicht nur verschoben, nein, er ist offiziell abgesagt. Waves wird nicht mehr in die deutschen Kinos kommen. Und das ist so ein Film, von dem ich echt davon ausgehe, dass wir den schon zeitnah bei Netflix oder eben Prime Video sehen werden. Ihr könnt jetzt Dom, Werner und Peter dabei lauschen, wie sie den Film noch ausgiebig besprechen. Und spätestens, wenn ihr ihn euch zu Hause fürs Heimkino geben könnt, solltet ihr hier auf jeden Fall genauer reinhören. Ja und zu guter Letzt noch einen Beitrag zu Content von Sky. Denn wir können uns auch ab sofort viele der Sky Sachen, der Serien und Shows, die dort veröffentlicht werden, unter anderem eben auch bei Sky Ticket und den diversen Sendern, die Sky im Portfolio hat, können wir uns vorab Pressescreener geben. Und ich habe hier zwei Jungs, die wollten unbedingt Masters of Photography gucken. Unter anderem der Max Ott, der selbst auch professioneller Fotograf ist und hier eben auch künstlerische Ansätze verfolgt. Der wollte sich also eben die neueste Ausgabe, ich glaube, das sind die ersten beiden Folgen der vierten Staffel, glaube ich, geben. Ich weiß gar nicht so genau, worum es geht. Das ist halt so ein Entertainment-Ding über Fotografen, so eine Art Castingshow. Und das wollte er sich eben unbedingt geben. Und er kriegt dabei Unterstützung von Lukas, ein Neuzugang bei uns in der Redaktion, von dem ich noch gar nicht so genau weiß, was der eigentlich jetzt Mutt-Fotografie zu tun hat. Ich würde mich tierisch von euch freuen, wenn ihr uns Feedback hinterlassen würdet auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Könnt ihr genau das tun. Das wäre toll, denn dann wüssten wir wie euch unsere Besprechung gefallen. Wie findet ihr es, dass wir jetzt in der Übergangsphase kurzzeitig oder zumindest zwischenzeitig auf Besprechungen von unter anderem aus Streamingportalen und den dort laufenden Filmen und Serien schwenken. Wir hatten ja zuletzt auch ein großes Special zu Disney+. Und ihr könnt davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen da noch einiges auf euch zukommt. Wie findet ihr das? Ihr könnt uns gerne auch im Blog schreiben. Den findet ihr unter tele-stammtisch.de. Ja, und natürlich wäre es total knorkel, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, Fürth, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Bitte bewertet den Tele-Stammtisch, das täte uns sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute den Film Der Schacht, den es bei Netflix zu sehen gibt. Mit wir meine ich mich selber. Der Esel nennt sich immer zuerst Till. Und Torben ist an meiner Seite. Wir machen das Ganze zu zweit. Hi. Hi. Hallo da draußen. So, Der Schacht oder The Platform, beides ganz passende Namen, ähm, gibt's seit letzte Woche Freitag. Das wäre der zwanzigste, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf Netflix. Ist, ja, Horror, Science-Fiction, Thriller, sowas in die Richtung. Weniger Horror, eher so Science-Fiction a la Cube. Der Film hat, was hat denn der für ein FSK? Das steht hier gar nicht. 18, würde ich mal sagen. Ich muss jedenfalls meinen Jugend, äh, meinen Jugendcode eingeben. Ah, okay. Siehst du, das hab ich hier gar nicht stehen. Geht auf jeden Fall nur in knackige 90 Minuten, beziehungsweise 94 Minuten. Ist vom Regisseur Galder Gaztelu-Urutia, der mir tatsächlich gar nichts sagt. Der hat noch einen Film gemacht, 2011, La Casa del Lago. Das klingt alles sehr spanisch, aber nichts, was man als Normalsterblicher kennen sollte. In der Hauptrolle, den man vielleicht kennen könnte, Ivan Massagé. Der spielt Goreng, so heißt der Charakter im Film selber. Hat bei Pans Labyrinth mitgespielt, der von 2006 sehr zu empfehlen. Dann gibt es in der, in einer wichtigen Nebenrolle, äh, Zorion Igileo. Igileo. Den kennt man auch nur aus spanischen Produktionen, so wie ich das sehe. In der anderen wichtigen Nebenrolle, ähm, Antonia San Juan und Emilio Buale. Auch die beide hab ich jetzt so noch nicht wahrgenommen. Auch alle eher in spanischen Produktionen mitgewirkt. Ja, das sind die vier wichtigsten soweit. Die Zusammenfassung. Torben, worum geht's? Was ist der, was ist der Plattform oder der Schacht? Ja, der Schacht. Worum geht's? Es geht um eine dystopische Zukunft in Spanien, allem anscheinend nach. Und das scheint eine Art Gefängnis zu sein oder eine Art Anstalt. So genau wird es im Film nicht geklärt, aber es gibt Hinweise darauf, was es dann sein könnte. Jedenfalls ist dieser Schacht, dieses, diese Anstalt eben gegliedert in mehrere Ebenen, mehrere hundert Ebenen, in der jeweils zwei Häftlinge untergebracht sind. Und in der Mitte einer jeden Ebene ist ein großes rechteckiges Loch, durch das jeden Tag um dieselbe Tageszeit eine möglicherweise mit Magnetismus betriebene Plattform herabgelassen wird. Die verweilt dann auf der jeweiligen Ebene und fährt dann weiter nach unten. Das Beeindruckende an dieser Plattform ist, da sind jede Menge Köstlichkeiten drauf. Essen, Speisen, Nachtische, Getränke aller Art. Also was ist herzbegehrt? Das Problem ist nur, diese Tafel wird von Ebene zu Ebene immer leerer. Eben gerade, also je nachdem bist du weit oben, hast du natürlich das beste Essen vor dir und bist du relativ weit unten, kann es echt sein, dass du, wenn du überhaupt höchstens noch die leeren Schüsseln und Teller auslecken darfst, wenn nicht noch was Schlimmeres, weil die tun sich nämlich auch hier und da mal was nicht so Appetitliches an, die Leute. Und das fast schon fiese daran ist, du darfst nur einen Monat auf deiner jeweiligen Ebene verweilen, dann wirst du ziemlich wahllos mit einem anderen Genossen, mit einem anderen Menschen auf einer anderen Ebene zusammengeschmissen. Das heißt, du kannst heute auf der 6 sein und morgen bist du in der 150 und dann geht es dir richtig dreckig. Und wie diese Häftlinge miteinander umgehen, das wird hier in schönen, kammerspielartigen Zügen auch erläutert. Da gibt es echt einige verschiedene Charaktere. Das war eine Zusammenfassung, die kurze. Ja, ich glaube mehr später, wenn wir eventuell ein bisschen spoilern. Genau. Ja, wie hat er dir gefallen? Sehr gut, ausnehmend gut. Ich hatte den Trailer schon relativ früh gesehen und der stand relativ schnell auf meiner, auf meiner Liste, innerliche Liste. Und als ich dann gehört habe, wann er rauskommt, habe ich ihn direkt am selben Tag noch geguckt. Und was soll ich sagen? Ich hatte Erwartungen und ich wurde nicht enttäuscht. Der Film war in vielerlei Hinsicht wirklich ein Hingucker. Durchaus. Ja, das fand ich auch. Hingucker passt ganz gut. Ich fand der sah echt gut aus. Also es ist es ist nur grau irgendwie, weil die, es ist nur Beton, aber irgendwie sah der echt, echt gut aus. Ja. Ähm. Und 95% spielen sich echt nur in diesen Zellblöcken da ab. Ja. Das hat mir, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Vom, ähm, Schauspiel her war das auch gar nicht verkehrt. Nicht, keine Glanzleistungen, ähm. Aber ich finde, der Hauptdarsteller hat das solide gemacht. Und der erste Kamerad, mit dem er da, mit dem er da aufwacht, der, na, wie heißt er? Trimagasi. Genau. Trimagasi. Den fand ich, den fand ich cool. Der war fantastisch. Der war mega gelassen. Aber irgendwie, ich hab mich teilweise so ein bisschen, ähm, äh, an, an Bill aus Kill Bill erinnert manchmal. Ich weiß auch nicht. Diese, diese ruhige, gelassene Art im richtigen Moment dann irgendwie doch fies, aber weil er sein muss. Ich weiß auch nicht. Irgendwie war ich, wurde ich dran erinnert. Sondervergleich. Den hab ich jetzt noch nicht gesehen, aber, ähm, aber cooler, cooler Vergleich auf jeden Fall. Ja, ich find, Goreng, also der Hauptdarsteller hat ironischerweise immer, wenn er am ängstlichsten oder verwirrtesten ist, sein Charakter, hat er seine besten Momente. Oder wenn er in irgendwelche Notsituationen gerät, dann spielt er es wirklich gut aus. Und Trimagasi, ich wette mit dir, der Typ hat irgendwie eine Theaterausbildung oder so, der macht das ja so souverän von der Bank weg, dem glaubst du alles. Ganz gleich, in welcher Stimmung er sich grad befindet. Der macht es schon schaurig schön, muss man sagen. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Fand ich, hat mir auch gut gefallen. Und ich glaube, wenn die nach einem Monat die Ebene wechseln, dann sind die dennoch mit den gleichen Insassen auf der Ebene, es sei denn, es passiert irgendwas. Oder? Du meintest vorhin, die wechseln die Partner, nenn ich's mal. Ich dachte, die wechseln die Partner, oder? Die sind ja von einer, am Anfang sind sie auf 48 und dem Trimagasi ist ja dann mit dem Gorenk nochmal einen Monat später auf dieser... Ja, stimmt, du hast recht. Die wechseln ja nochmal weiter runter, wo dann ja, ja, alles klar. Nee, du hast vollkommen recht. Es wechselt natürlich dennoch sehr häufig, weil... Aber die Kameraden wechseln nicht, die Tellengenossen wechseln nicht untereinander jeden Monat. Genau. Es sei denn, etwas passiert für diesen Menschen. Ja, genau. Der eine oder andere fällt die Plattform runter, eine wandert von oben nach unten irgendwie auf dem Essen sitzend aus Gründen. Aus Gründen. Und die, genau. Ja, es ist, wenn man's mal... Es ist halt unfassbar, unverkennbar gesellschaftskritisch. Das ist einfach nicht anders zu deuten, oder? Ja, absolut. Also, ja, eigentlich wollte ich mir den Vergleich sparen, aber ja, geradezu heute. Aber es könnte man aber auch in einer nicht, also in einer karatenfreien Zeit könnte man diesen Film sehen und hätte trotzdem ein mögliches Gefühl. Und würde man sagen, Mensch, was für ein Luxus wird es auch eigentlich, in welchem Luxus wir doch eigentlich leben, wie gut es wir haben, dass wir immer das parat haben, was wir am nötigsten brauchen. Ja, auf jeden Fall. Der Film zeigt halt die Extreme der Menschen und auch Hamstern ist da nicht so gut angesehen, sag ich mal. Genau, das ist richtig. Wer hamstert, verliert. Ich glaube, das ist auch kein Spoiler. Wenn man Essen einbehält, zwei Minuten bleibt die Plattform auf der Ebene, dann wird man entweder gebrutzelt oder man erfriert. Sehr hochtechnologisierte Sensoren erfassen das. Und das war's dann. Was ich übrigens auch gut finde, einerseits bringt das natürlich ein bisschen mehr Spannung rein und das andere ist die ganze Technik dahinter. Du wirst einfach sofort in diese Welt gebracht, ohne dass irgendwas erklärt wird. Es wird am Anfang ganz kurz oben die Küche gezeigt, was auch extrem pervertiert ist, wenn man dann anguckt, wie das Essen später aussieht und was sie sich für eine Mühe da oben geben. Und das ist irgendwie auch so ein gestörter Küchenchef oder was auch immer, Schachtdirektor, keine Ahnung, wie man ihn nennt, der seine Leute da rund macht, wenn auch nur ein Haar irgendwie in der Suppe landet oder in der Panna Cotta. Das ist schon super, super krass alles irgendwie. Das Ganze, was man auch nicht von der Hand weisen kann, ist der Vergleich mit Cube. Hast du den gesehen? Ja, Cube hab ich gesehen. Alle Teile, aber davon hat mir wirklich nur der erste aus dem gut gefallen, weil das eben so neu war. Genau. Ich denke auch, wenn jetzt der Schacht 2 kommt und man sieht die Strukturen dahinter, macht das, glaube ich, das auch ganz ein bisschen kaputt. Das war ja dann bei Cube auch so. Irgendwie bei Cube 2 oder Cube 0 hat man irgendwann diese ganzen Sachen gesehen dahinter, wie die zwei Mitarbeiter da den Cube überwachen. Das war alles dann, das war ein Murks. Ja, auch der Kerl, der geistig zurückgeblieben ist oder geistig behindert ist in Cube, wo man auch am Schluss noch rausgekriegt hat, was mit dem los ist und warum er da hockt. Ja, das hat zwar interessant gemacht, aber es hat den Film sehr klein gemacht. Weil ich will das nicht immer alles erklärt bekommen. Ich will das auch so annehmen können. Und du hast diesen krassen Widerspruch hier bei der Schacht, dass du oben diesen Fünf-Sterne-Koch oder was hast und mit welcher Akribie die Köche und Bäcker und Konditoren ihrer Arbeit nachgehen. Und pervertiert trifft es wirklich ganz gut, was dann am Schluss mit diesem Essen geschieht bis zur Unkenntlichkeit. Und ja, mehr bleibt ja einfach nicht. Und ja. Ja, es ist schon wirklich krass. Und das ist genau das. Man sieht es ja, also der Film ist ja rausgekommen und wurde gedreht, bevor dieses ganze Corona da draußen kursierte und diese ganzen Hamster-Käufer sich auf Toilettenpapier gestürzt haben. Aber es passt halt, der kommt wirklich zu einem perfekten Zeitpunkt raus. Absolut. Weil man genau sieht, so zu 100% würden die Menschen sich verhalten. Es kommt später noch dazu, da möchte jemand, da macht jemand Teller zurecht für die Plattform da drunter. Und die sollen doch bitte nur von dem, das ist jetzt kein großer Spoiler, von dem Teller essen, einen Teller packen für die Plattform da drunter und so weiter, damit überall Essen ankommt. Weil theoretisch würde es reichen. Und natürlich keine Chance. Die fressen wie die Schweine. Manche stürzen sich auf, also stellen sich auf die Plattform und nehmen da alles runter, trampeln mit den Füßen da rum. Wenn mal nur das, ja. Genau. Und spucken runter, pinkeln runter, das ist alles schon echt, echt, echt widerlich. Und wer mit den Leuten oben spricht, kriegt keine Antwort. Die Leute unter dir reden nicht mit dir. Das ist echt, echt ganz schön krass. Wobei auch, wie ich finde, also er hat extrem viele Metaphern. Irgendwie jedes zweite Bild gefühlt. Das drückt dir dir manchmal ganz schön direkt, schmiert dir ganz schön aufs Brot. Also du, am Anfang musst du nicht viel, nicht viel irgendwie um die Ecke denken. Das kommt dann später, dass man, dass es noch so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber es hat mich tatsächlich gar nicht so gestört. So diese Bildsprache, die dir so ins Gesicht gedrückt wird. Wie war das bei dir? Absolut. Also ich hätte auch die, klar, der Film, der kann eigentlich nur Meta sein mit der Gesellschaftskritik, die er da ins Feld führt. Aber es gibt am Schluss oder so Mitte des Films gibt es einen Einschlag bis zum Ende des Films, den ich nicht gebraucht hätte. Der dann noch einen anderen Weg annimmt. Ich hätte es auch interessant gefunden, wenn der Plan, den Goreng später mit einem weiteren Mithäftling ausbrütet, wenn der aufgegangen wäre und was dann geschieht. Weil diese Institution hat auch einen Grund, nicht nur da den Abschaum loszuwerden oder eine Weile drin schmoren zu lassen, sondern da steckt noch was anderes dahinter. Aber den würde ich gleich gerne im Spoiler-Bereich erklären. Aber ansonsten, der Film zeigt mit dem wenigen, was er hat, einfach volles Potenzial. Diese Zellen sind nicht wirklich hoch technologisiert von innen. Die haben das Nötigste, was sie haben, ein Waschbecken mit den einfachsten hygienischen Werkzeugen. Rasieren und waschen dürfen sie sich, Wasser trinken können sie, so viel sie wollen. Und ein Pot, der aussieht wie ein Mülleimer, wo sie eben ihre Geschäfte drin verrichten können. Das ist alles. Also spartanischer geht es kaum. Und zwei Pritschen, worauf sie pennen. Und später kriegt man noch raus, dass jeder der Insassen einen Gegenstand seiner freien Wahl in diese Institution mit hineinbringen darf. Genau. Das ist auch sehr interessant. Oh ja, definitiv. Bevor wir so ein bisschen ins Detail gehen. Der Film ist auch nicht gerade zimperlich, so was den Gewalt gerade angeht. Aber ich finde, also er ist ziemlich brutal. Er blendet, aber er verliert sich nicht im Splatter und verlässt sich nicht auf seine ganzen Gewaltexzesse. So viele sind es nicht. Aber wenn sie kommen, sind sie schon ganz schön krass. Aber da ruht er sich nicht drauf aus. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Er ist zwar wirklich eklig teilweise. Aber es ist nicht so, okay, wir haben jetzt die Story. Die sind da alle gefangen, fressen wir die Schweine. Jetzt machen wir hier nur Gewalt und dann ist der Film zu Ende. Das hat mir gut gefallen. Ich hatte erst so ein bisschen Schiss, wo es zum ersten kritischen Moment kommt, wo sie die Plattform wechseln, dass es sich dann so ein bisschen im Ekel verliert. Aber es hat es nicht getan. Das fand ich sehr positiv. Durchaus. Dem kann ich mich nur anschließen. Wirklich. Da ist für die ganzen Splatter-Fans was dabei. Aber es ist kein Torture-Porn-Übertriebener dabei, wirklich nicht. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Und ansonsten, ich überlege gerade noch, wir müssen schon jetzt so ein bisschen spoilern, so ein bisschen ins Detail gehen. Weil dann kann man noch ein paar Minuten darüber sprechen. Ohne Spoiler wird es tatsächlich schwer. Ja. Oder? Ja, dann würde ich sagen, machen wir ab dieser Richtung jetzt einen Spoiler-Spoiler-Warnung für alle da draußen, die es sich noch unverblümt geben wollen. Und das würde ich machen. Ja, dann machen wir das. Also, niemand sollte sich spoilern lassen. Alright. So, die Gegenstände. Ja. Das Buch von Goreng. Ist nicht die geilste Wahl. Es wirkt erst mal intelligent dafür, dass er eine Weile da drin ist. Die Zeit muss man sich beschäftigen, wenn man isoliert ist von außen. Das wirkt erst mal, aber nicht unter Augenschein, was da sich so manch anderer mit reingenommen hat. Und wenn Goreng ein Buch anführt und Trimagasi dann mit einem selbst schärfenden Küchenmesser daherkommt. Ja, was ich auch mega lustig fand. Die Story, die man, also es wird so ein bisschen erzählt, wie man in diesen Schacht kommt. Und das ist entweder freiwillig, weil man Goreng möchte zum Beispiel einen Abschluss haben und sperrt sich da sechs Monate ein. Was auch total pervertiert ist, schon diese Idee alleine. Aber er, der Trimagasi, hat aus Versehen nach einem Wutausbruch jemanden auf der Straße einen Fernseher auf den Kopf geknallt. Nachdem er sich einen Messerschärfer gekauft hat. Für Messer, die immer abstumpfen. Und danach kam Werbung für ein sich immer weiter schärfend, automatisch schärfendes Messer. Und dann wurde er so wütend, weil er diesen Messerschärfer bestellt hat. So war es doch, ne? Ja, und weil er die Moderatoren wieder erkannt hat. Genau, die gleich danach. Genau, es waren die gleichen Redakteure, die sowohl den Messerschärfer als auch das immer scharfe Messer angepriesen haben. Und deswegen, weil er halt voll verarscht wurde von dieser Werbeagentur, ist er halt so ausgeflippt. Ja genau, er hatte die Wahl zwischen Psychiatrie oder ein Jahr Schacht und hat sich dann für eine Schacht entschieden. Aus der Psychiatrie wäre er wohl nicht mehr rausgekommen, so klang es. Und hat schon ziemlich gut gemerkt, wie es da in dem Schacht läuft und lässt sich so ein bisschen Informationen rauskitzeln. Und er wirkt nicht wie ein Psychopath, aber er weiß sich halt zu helfen, weil es dann auch schnell zum Thema Kannibalismus kommt. Weil was tut man, wenn man auf Plattformen, keine Ahnung, 150 ist und nichts mehr zu essen hat? Völlig klar. Weil nicht mal, völlig klar. Genau. Ja, man futtert seine Mitmenschen und wer länger schläft, hat verloren. Absolut. Und das ist schon eklig, muss man sagen. Wenn man so schön die kleinen Hautfetzen rausgeschnitten werden und der Mensch muss ja am Leben bleiben. So bleibt das Fleischlinger frisch, genau. Genau. Und er erzählt das aber auch so mit einer Ruhe und einer Gelassenheit. Komplett, ja. Dass er aber auch sagt, ja, ich war dann auf Ebene 100 so und so viel und da gab es halt Menschenfleisch. Ja. Gab es halt. Also klar, so ganz normal, ich habe mir heute eine Pizza in den Ofen geschoben, da gab es halt Menschenfleisch. So, der kennt halt gar nichts mehr. Der Kerl ist halt schon abgebrüht, du merkst echt, der ist eine Weile da drin und hat schon echt alles durchgemacht. Ja, das ist richtig. Deswegen das, aber es war schön, es hat sich dann, es hat sich schön aufgeklärt, es hat dennoch viel ab, also ich hätte es mit dem Trimagasi auch gerne weiterverfolgt mit den beiden, aber es findet halt noch so ein paar Zusatzkameraden da auf seiner Plattform, die auch interessant sind, die auch andere Ansätze verfolgen. Der eine hat eher so einen religiösen, ich möchte nicht wahr nennen, aber der ist schon echt ganz schön religiös fanatisch. Barat? Oder wie meinst du? Mhm. Ich glaube, der ist einfach nur ein sehr gläubiger Moslem, also das liegt jedenfalls nahe. Ja, okay, ich habe das sehr extrem irgendwie empfunden, aber natürlich. Und da wird halt noch so ein bisschen... Er ist kein Fanatiker, aber er ist sehr gläubig. Ja, ja. Er ist wahrscheinlich einfach nur so verzweifelt gewesen, deswegen vielleicht. Und dann natürlich das Thema, er ist ein afroamerikanischer, da ist natürlich das Thema Rassismus nicht weit, weil darüber ist es ein weißes Paar, so wirkt es zumindest, die ihn dann auch bloßstellen. Ziemlich eklig, ziemlich, ziemlich eklig. Oh ja. Na ja, er kriegt das gesagt von jemandem, den er von draußen kennt. Das ist der alte Rollstuhlfahrer, der da hockt. Genau, genau. Der war wohl mal sein Lehrer oder sein Mentor und der Mann hat auch was auf dem Kasten und er rät den beiden, dass wir brauchen ein Symbol. Weil jedes Mal, wenn die Plattform wieder nach oben fährt, ist er natürlich ausgeplündert und stinkt wahrscheinlich wie die Pest. Und da muss dann schon was sehr Köstliches herhalten, was denen da oben als Botschaft gilt. Weil, das hattest du kurz angeteast, dass es da jemanden gibt, der nicht nur an sich denkt, sondern auch den Mithälftlingen unter sich immer so Teller zurechtstellt. Das ist eine Frau, die sich auch freiwillig wohl daran begeben hat, glaube ich. Genau, weil sie Krebs hat und noch Gutes tun will, ne? Genau. Und dabei kommt heraus, warum dieser Schacht eigentlich da ist. Es ist eigentlich ein Experiment. Die Menschen sollen sich selbst erziehen, aber das sollen sie freiwillig tun. Spoiler-Alarm, natürlich tun sie das nicht. Es sind Menschen und die denken natürlich, wenn eine Notsituation ist, nur an sich. Das ist halt so. Und erst nachdem, also sie versucht es jeden Tag. Jeden Tag macht sie es und sagt, bitte nehmen Sie nur das, was ich vorbereitet habe. Und bitte denken Sie auch an die Leute unter sich. Und da kriegt sie nur, wenn sie überhaupt eine Antwort kriegt, dann sind diese meistens sehr unflätig. Und erst als Gorenk sagt, ey, entweder ihr macht jetzt das oder ich kack euch zu. Und das sagt der heute noch so. Ja, ich kack euch jeden Tag ins Essen. Genau. Verteile es überall. Da könnt ihr zusehen, was ihr, was ihr fresst. Und erst dann, ich glaube zwei Russen oder was sind das, lässt jedenfalls der Dialekt darauf schließen, dass sie wahrscheinlich aus Osteuropa kommen. Erst dann leisten sie dem Folge. Also dann halt auch dieses Ding, ja, Menschen gehorchen eben eigentlich nur aus Angst davor, nicht zu gehorchen. Und nicht aus Höflichkeit oder Respekt. Jedenfalls so gerät uns das dieser Film. Und da müssen wir auch noch, da dürfen wir aber auch nicht die junge Dame, Miharu, unerwähnt lassen, die auch noch eine ziemlich tragende Rolle spielt. Ich denke auch, die müssen wir auf jeden Fall noch einmal abhaken. Und das Ende ganz, ganz nach hinten gesetzt gleich von der Bedeutung her. Oh ja. Genau, da ist, wie sagtest du, heißt sie? Irgendwie habe ich das mit den Namen nicht drauf. Miharu. Genau, die jeden Tag... Gespielt von Alexandra Masankai. Alexandra Masankai, ja. Masankai, so wird es richtig sein. Die fährt jeden Tag auf der Suche nach ihrem Kind von oben, von dort, wo sie zumindest gerade ist, immer weiter runter. Und erlebt natürlich, wenn eine Frau dort hinabfährt und erlebt natürlich nicht so schöne Dinge, kann sich allerdings auch ziemlich, ziemlich gut wehren, wie man sieht. Oh ja. Und dann heißt es, Kinder unter 16 kommen überhaupt nicht zur Auswahl. Man erfährt, glaube ich, gar nicht erstmal, wie alt ihr Kind ist. Von einem Kind weißt du gar nichts anfangs. Es wird ja anfangs sogar angezweifelt, dass es überhaupt ein Kind gibt in dieser Einrichtung. Genau, ja. Und die, ja, der Gorenk schafft es hier halt, so ein bisschen Unterstützung zu leisten. Diese Unterstützung, die zahlt sich dann auf jeden Fall auch aus, weil sie ihm dann auch hilft. Und so ist das wirklich ein ganz cooles, wie du schon vorhin sagtest, vertikales Kammerspielchen irgendwie. Ja, es zieht sich sehr solide, wirklich von Ebene zu Ebene. Du merkst teilweise gar nicht, dass da groß was gemacht wurde. Du glaubst wirklich, die haben da vielleicht drei Ebenen gebaut und den Rest einfach vielleicht mit Spiegel-Technik gemacht. Das war's. Ja. Also mehr brauchst du eigentlich auch nicht. Und diese junge Dame, also gerade wenn du eine junge Frau bist und 200 Ebenen später kommen fast nur Männer, klar, dann wird sie einmal sehr brutal von der Plattform gezerrt. Das ist auch im Trailer drin. Da dachte ich, alles klar, Karnivalismus am Start. Jetzt geht's los. Und dann hörst du auch Schreie und Schlitzer, aber männliche Schreie und Schlitzer. Ja. Und das ist klar, die ist mit den beiden erstmal Schlitten gefahren da unten. Dann hockt sie sich wieder auf die Plattform und es geht eine Etage tiefer. Und guckt völlig, dann völlig gestört, einfach nur nach oben und fährt weiter runter. Das war auch echt, da hat man schon gesehen, was bei der abgeht. Die war schon völlig durch und hat nur ein Ziel vor Augen. Was auch, wenn es denn stimmen sollte, dass sie ein Kind dort hat, macht das auch so ein bisschen deutlich, was eine Mutter denn für ihr Kind tun würde. Und das ist im Endeffekt alles, Punkt. Absolut. Sie geht komplett durch die Hölle. Ja. Und, apropos Hölle. Lieber niemanden so sehr wie deine Kinder. In dem Fall hat eine Mutter keine Wahl. Stair C. Lannister. Ja, ganz genau. Perfekt. Ein tolles Zitat. Ja, so ist es. Und apropos Hölle, um noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, es stellt sich später raus, was dann auch relativ wichtig ist, das sind nicht die von Goreng ausgerechneten 200 oder 250 Ebenen, weil der macht sich irgendwann mit seinem Partner auf den Weg nach unten und vertreibt bis Ebene 50 alle von der Plattform, damit alle unten genug Essen haben. Genau, da geht es um diese Panna Cotta, die von dem Rollstuhlfahrer thematisiert wurde. Ihr müsst etwas bringen, was so köstlich ist, dass es wieder oben ankommt und die da oben merken, alles klar, da passiert was. Genau, und da stellt sich dann raus, dass auf jeder Ebene, wo beide Insassen tot sind, fährt die Plattform einfach weiter und das ausgerechnet von ihm, diesen zwei Minuten pro Plattform, stimmt nicht und es fährt runter irgendwann bis zur 333. Und die 333 mal 2 macht die Teufelszahl 666, was die Anzahl der Insassen ist, was natürlich zu 100 Prozent, kann mir niemand erzählen, Zufall ist. Natürlich nicht. Und da bewegen wir uns so ein bisschen ins Religiöse, womit es ja dann irgendwie auch endet. Also es ist so eine ganz weirde Mischung am Ende zwischen Gesellschaftskritik und Religion, dass es irgendwie so, ja, wird irgendwie zusammengequirlt, hatte ich das Gefühl. War das bei dir? Es ging mir genauso. Also was man noch erwähnen kann, ist, dass Geoeng immer wieder Wahnvorstellungen hat und Halluzinationen, nämlich seine beiden verstorbenen vorigen Mithäftlinge, Tremagazi und Imuguri, glaube ich heißt sie, erscheinen ihm immer und immer wieder und stellen ihm seltsame Fragen, aber auch sie verklären ihnen auch so eine Art religiösen Botschafter, so eine Art Propheten so ein bisschen auch. Damit kriegt der Film so einen sehr religiösen Touch, den er eigentlich nicht gebraucht hätte und der ein bisschen eine Spur zu viel ist, wo ich sage, okay, spart euch das und ihr habt einen 1A-Film, der ist auch so immer noch 1A, keine Frage. Aber das finde ich so eine ganze Spur zu drüber, gerade im Hinblick auf die letzte Ebene, wen wir da finden oder was wir da finden und dass dann dieser ganze Plan über den Haufen geworfen wird und der Ausgang ungewiss ist, sag ich mal. Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Dann können wir auch die Katze vom Tisch stoßen und sagen, was sie da unten finden, nämlich, Till? Das Kind, ein Kind, auch asiatisch aussehend, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich hatte diese asiatische Mutter dann doch ein Kind da unten. Auf jeden Fall findet man da ein Kind, wie alt mag das sein, 8 oder so, schwer einzuschätzen. Wenig älter auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Und natürlich hat dieses Kind Hunger, das Kind ist aber auch alleine da. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob da irgendwo eine Leiche liegt. Hattest du eine gesehen? Nein, aber ich habe auch nicht sonst nichts auf dieser Ebene gesehen. Naja, genau. Und auf jeden Fall wird natürlich überlegt, was machen wir jetzt? Die Panna Cotta ist die Botschaft, aber das Kind hat Hunger und dann kriegt das Kind die Panna Cotta und dann ist das Kind die Botschaft. Und das finde ich an sich auch gar nicht so scheiße, weil ich finde, das macht ganz, wenn man sich jetzt weg von der Religion hin zu der Kritik, die der Film deutlich macht, ist das, im Endeffekt sind das die Kinder, die am Ende leiden müssen. Also so habe ich mir das jetzt, habe ich mir das interpretiert, wenn man das mal jetzt vergleicht. Die untersten Schichten sind die, die am wenigsten haben. Definitiv. Und die Unterschicht und da sind es einfach die Kinder, die die Leidtragenden sind. Sei es Gewalterfahrung oder Hunger oder was auch immer. Und natürlich Gewalt erfährt Kinder auch in anderen Schichten. Aber das ist so das, was ankommt bei mir. Ja, welche Frage mich zuallererst immer gequält hat. Also immer. Welche Frage mich zuerst heimgesucht hat, als ich das Kind gesehen habe. Okay, wie hast du so lange überlebt? Wie schaffst du es einen Monat lang? Oder wer weiß, wo du die ganze Zeit rumgegeistert bist, immer von Monat zu Monat. Wie hast du es gepackt, so lange zu überleben? Weil das, diese einfache Frage, darauf gibt der Film eigentlich keine Antwort. Das ist ein bisschen schade. Das ist das Einzige, wo ich auch gerne das gewusst hätte. Der Rest, wie die Plattform funktioniert, mir scheißegal. Die Welt in sich ist schlüssig. Aber das mit dem Kind hätte ich auch gerne ein bisschen mehr erklärt bekommen. Ein Stückchen mehr erklärt. Einfach da. Genau. Einen kleinen Funfact könnten wir, glaube ich, noch erwähnen, weil das sehen wir am Anfang, als Goreng sich da einweisen lässt, wird er von der, von dieser, von Imoguri, die halt Beamtin ist und wirklich haarklein Buch führt, wird er gefragt, was er denn am liebsten isst. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass sie das jeden fragen und dass dann diese Tafel wohl mit dem köstlichsten, also mit seiner Lieblingsspeise des jeweiligen Inhaftierten auch gefüllt ist. Also wenn der eine jetzt am liebsten Spaghetti mag oder Goreng in dem Fall Schnecken oder sonst was, dann machen die halt Spaghetti oder Schnecken drauf oder Pizza oder Tiramisu oder was weiß ich. Und das fand ich nur erwähnenswert, weil ich das ganz lustig fand irgendwie. Weil die Schnecken auf einmal erst mutaphorisch mit Tremagasi eine gewisse Rolle bekamen, aber dann eben auch mit Goreng. Das stimmt. Ja, das hat mir, bis dahin hat mir das wirklich gut gefallen. Und dann, dann hat es für mich, auch wenn es so ein paar Minuten waren, ähm, hat es mich irgendwie so ein bisschen verloren. Und wenn in so einem Film das Ende dann nicht so ganz schlüssig ist, habe ich immer, habe ich immer Schwierigkeiten mit, ähm, irgendwie. Die fahren dann noch einen runter, dann, da hält die Plattform an. Das Kind ist die Botschaft, das Kind wird hochgeschickt und er verschwindet mit seiner wahnhaften Eingebung in Form von, warum kann ich mir es nicht merken, Tremagasi? Ja, genau, Tremagasi. Tremagasi ist ja unglaublich, kann ich mir nicht merken. Im Dunkeln. Ja, es liegt nahe, dass er halt auch gestorben ist, weil als Barat und Goreng halt da durchfahren, will jeder natürlich anders essen, aber sie wollen es ja rationieren für jeden, weil sie davon ausgehen, es sind zwei Ebenen, was es natürlich dann nicht sind. Aber sie stecken halt auch tierisch ein, weil die haben da alles teilweise. Einer hat sogar ein Samurai-Schwert dabei, also ein Katana oder was es ist. Dann gibt es wiederum so kuriose Fälle, wo einer ein Surfbrett dabei hat oder zwei hocken da nackt in so einem Baby-Planschbecken und baden da. Also das sind die verrücktesten Sachen, die sie da am Start haben. Und natürlich kriegen die auch gewaltig öfter mal einen mit und später sterben sie wohl in diesen Verletzungen. Also es wird in Falle von Goreng nicht völlig klar, aber es scheint wohl so. Aber was soll er da unten machen? Eben. Ja. Er ist dann wohl in Mitfrieden gestorben, er hat die Botschaft nach oben gesandt und leider endet da dieser Film. Ich hätte wahnsinnig gern gesehen, was passiert ist oder was passiert wäre, wenn dann die Plattform nach oben gekommen wäre. Aber vielleicht sieht man das in einem zweiten Teil und vielleicht kriegen wir einen guten zweiten Teil auch präsentiert und keinen, der nur auf dem ersten aufbaut, aber dann so im Leeren verläuft, wie im Falle von The Cube. Genau. Also bei The Cube war es mir mehr oder weniger auch egal. Also das Ende war cool, der Film war cool. Aber hier, da die das mit dem Kind und der Botschaft so angebracht haben, hätte ich tatsächlich noch ein bisschen was gesehen. Aber im Endeffekt sind wir jetzt von Plattform 0 bis Plattform 330 einmal fertig. Ja, haben wir es doch gut durchgezogen. Ich denke auch. Solider Film, was sagst du? Kurzes Fazit? Sehenswert. Wie viele Schnecken gibst du dem Film? Ich gebe diesem Film viereinhalb von fünf Schnecken, den halben Punkt ziehe ich ab, wegen dieser etwas zu religiösen Geschichte am Schluss. Die hätte ich nicht gebraucht, aber ansonsten gibt der Film einfach genau das wieder, was der Trailer verspricht. Und wenn du dann angefickt bist und dich einfach darauf einlässt, es einfach geschehen lässt, ist dieser Film durch alle Ebenen ein sehr, sehr guter Film mit fantastischen Schauspielern und toller Leistung in diese Richtung. Also 4,5 von fünf Schnecken. Ja, kann ich, also bei der, ja, ich tendiere eher, ich bin eher so bei dreieinhalb bis vier. Oh, okay. Fazit? Was immer noch gut ist, so ne. Gut bis sehr gut, würde ich jetzt sagen. Ähm, das Ende schmälert, ja, aber ich fand den wirklich, ich fand den wirklich gut. Und er hält auch, er geht ja nur 90 Minuten, aber er hält dann auch bei der Stange. Er macht neugierig auf mehr. Man hat immer irgendwie Bock auf den nächsten, den nächsten, äh, Gefängnispartnerinsassen. Ähm, ist ein guter Film. Er wirkt auch nie gehetzt, er wirkt auch nie irgendwie zu schnell erzählt. Und auch dieses Ende, was ein bisschen schwammig ist, das schmälert diese Qualität keineswegs. Der Film hat davor 90 Minuten gut unterhalten und diese vier Minuten, die dann am Schluss halt sind, meine Güte, die machen es nicht kaputt, wirklich nicht. Also er lässt auf jeden Fall viel Spielraum für Interpretation. Das macht immer Spaß, sich dann danach nochmal drüber zu unterhalten. Ja. Und das war's. Ja, super. Hammer's. Ja. Dann danke ich dir. Ich danke dir. Gerne wieder. Und allen viel Spaß beim Gucken von The Platform oder Der Schacht auf Netflix. Ja, wollen wir noch kurz droppen, halt, wollen wir noch ganz kurz droppen, ähm, wo man uns so findet, wie man uns sonst noch so erreicht, ein bisschen Werbung einer Sache, so Instagram, Twitter-mäßig. Auf jeden Fall, für dich immer. Hau rein, hau rein, ich hab nix. Du hast nix. Ach Gott. Ja, nee. Ähm, mach ich, mach, mach, also, kenne ich mittlerweile seit ein paar Folgen so, seit ein paar Besprechungen. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, als Bleach Trooper 7 oder Dr. Heiter, sein Nachbar auf Twitter oder DerTorben86, klein und zusammen, auf Instagram. Dort poste ich ein bisschen privaten Stuff oder Videos und auf Twitter hau ich meistens irgendwelche Reviews und Alltagserfahrungen oder mal ein paar Sprüche raus. Ja, wer sich das geben will, sei hiermit herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Dann werden wir das alle tun. Und du hast gar nix, sagst du? Ich bin nur bei Letterboxd vertreten, das steht meistens auf YouTube mit drin in den Beschreibungen, äh, Torti007. Okay. Und eine sehr tolle Plattform, sollte jeder reingeguckt haben und sich anmelden. Hab ich in der Tat noch nie gezahnt, aber soll ich mal machen. Ja, ist wirklich cool. Und damit, darf ich uns jetzt tatsächlich in den Abend verabschieden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, dankeschön. Jederzeit wieder. Mach's gut, schönen Abend noch. Und ihr da draußen, guckt bei der Filme, guckt Serien und lasst euch die Zeit daheim nicht lang werden. Macht's gut. Auf gar keinen Fall. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Waves. Und es könnte sein, dass bei der Besprechung dieses Films heute gewisse Wogen aufeinander prallen. Erstmal zu mir, ich bin der Dom vor dem Mikrofon, euer Host für diese Sendung. Und ich habe zwei erlesene Gäste an meiner Seite, virtuell an meiner Seite, mit denen ich noch nie gecastet habe. Da wäre zum einen der Peter. Hi, servus. Und der Werner. Hi. Hallo zusammen. Ja, wir stürzen uns auf Waves. Ihr beide habt ihn ja in eurem Cast zu Just Mercy etwas angeteasert. Richtig. Angeteasert. Ich bin wirklich gespannt, was ja, wie gesagt, für Wogen hier aufeinander stoßen werden. Und der Peter hat erstmal die Fakten für uns. Richtig, genau. Also Waves ist ein US-Drama, beziehungsweise so eine Art Familiendrama. Das geht 135 Minuten, ist ab zwölf Jahren freigegeben. Regie für The Trey Edward Schultz. Und mit dabei sind unter anderem Taylor Russell McKenzie, Calvin Harrison Jr. und Alexa Demy. Genau. Wunderbar. Vielen Dank. Und ja, auch wenn es bei diesem Film vielleicht gar nicht so einfach ist, aber vielleicht auch gar nicht so schwer ist. Und das steht vielleicht auch schon so sinnbildlich für das gewisse Paradoxon, was der mit sich bringt. Passend zum Titel eigentlich sogar. So ein Auf und Ab. Werner, kannst du uns denn ungefähr so darlegen, worum es in Waves geht? Ja, also in Waves geht es um eine afroamerikanische Familie, die wohnt ganz unspektakulär in der Vorstadt und hat dann halt eben als Familie ja durchaus das ein oder andere Tief und die ein oder andere Höhe, Stichwort Wellen, wo sie durch müssen. Und ja, da geht es dann zum einen darum, dass der Sohnemann sein eigenes Drama erlebt. Dann passiert der Schwester etwas und es gibt einfach sehr viele Storys, die hier zusammenfallen. Also da gibt es nicht eine gerade Linie, sondern wirklich viele verschiedene Storys rund um die Familie. Genau. Man könnte, also von der Beschreibung her könnte man jetzt das Gefühl bekommen, dass es ein Episodenfilm ist, ist es tatsächlich nicht. Aber der Film ist zweigeteilt, könnte man sagen, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Aber man könnte, wenn man die Schere in der Mitte ansetzt, könnte man auch zwei verschiedene Spielfilme draus schneiden, die dann halt nur 60 Minuten jeweils gehen. Ja, und ein Zweiteiler wäre eigentlich da fast schon angebracht bei diesem Drama. Ja, zwei Kurzfilme. Ja. Ja, obwohl Kurzfilme, ich weiß gar nicht, was so unter Kurzfilmen heutzutage läuft. Ich glaube, so ab 40 Minuten wird dann immer nicht mehr als Kurzfilm klassifiziert. Definiert doch heute jeder anders. Ja, es war auch zuletzt beim Kurzfilm-Oscar war das irgendwie auch sehr schwammig, wenn ich das anmerken darf. Ich habe ja, kann man gerne reinhören. Wir haben alle nominierten Kurzfilme in den Bereichen Animation und Realfilm haben wir in einem Podcast besprochen. Könnt ihr gerne mal reinhören. Ja, ihr habt den Film beide in der Sneak Preview gesehen und ich in der Pressevorführung. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Ihr hattet ja keine spezifischen Erwartungen an den Film und wurdet dann, ich weiß nicht, wurdet ihr überrascht? Oder weil ich, also ich bin jetzt kein Sneak Preview-Gänger, aber ich weiß, dass man online über diverse Ecken durchaus herausfinden kann, was einen denn da so als Überraschungspremiere erwartet. Wie war das bei euch? Also ich bin schon ein bisschen überrascht worden, aber überrascht negativ, ehrlich gesagt. Also ich gehe ja ohne Erwartung eigentlich in die Sneak Preview rein. Ich weiß ja nicht, was läuft. Ich weiß nur aus anderen, wenn ich ein bisschen in YouTube rumforste, wer da gerade so welche Filmkritiken macht, dann sieht man ja eigentlich schon relativ deutlich, wo das Ganze hingehen könnte. Also man kann das ein bisschen eingrenzen, was da so lauten kann. Und wie gesagt, also ich ohne Erwartung rein, aber dann doch mit ziemlich mulmigem Gefühl wieder raus und auch schon leichte Enttäuschung habe ich da gespürt bei dieser Sneak Preview. Okay. Werner, wie war es bei dir? Also von dem Titel selbst, muss ich zugeben, war ich sehr überrascht, weil ich den absolut gar nicht auf dem Schirm hatte. Mir hat weder der Titel etwas gesagt, noch Regisseur oder sonst irgendetwas. Dementsprechend habe ich mir gedacht, gut, okay, Filmstudio kennst du, also A24, ne? Und da denkst du dir, ja, da gab es schon einige gute Streifen in letzter Zeit. Da bist du jetzt mal, ja, positiv gestimmt. Und ja, am Ende ging es mir ähnlich wie im Peter. Also so viel mal dazu. Okay. Wir sitzen ja auch nur ein paar rein auseinander, theoretisch. Ja, wir sind immerhin gleich in der gleichen Sneak Preview, aber sitzen nie zusammen. Okay. Ja, leider. Werner, hattest du nicht mir irgendwie mal auch erzählt, dass du die anmoderierst oder sowas in der Art? Ich habe da gelegentlich mal das Gewinnspiel moderiert. Wenn halt eben das Personal nicht da ist, dann springe ich da gelegentlich mal ein. Okay, ja, ist ja auch was. Und ich habe mal gewonnen. Ja, ich habe auch, ich war bislang nur in einer Sneak Preview sogar für den Tele-Stammtisch, habe da auch was gewonnen, aber der Film war trotzdem scheiße. Na, das kommt vor. Das war, also ich bin, ich wusste, was kommt. Also ich hatte, über den Tele-Stammtisch hatte ich eine, stand ich auf der Gästeliste. Und es war aber die Horror-Komödie Little Monsters. Dazu gibt es auch eine sehr amüsante Besprechung, aber der Film war, naja, egal. Ja, mich hat auch tatsächlich der Name A24 angelockt. Ich hatte von dem Film erst so relativ kurzfristig gehört, war dann aber relativ neugierig, weil eben A24 und der Name des Regisseurs hatte mich auch durchaus neugierig machen können. Der hat nämlich vorher diesen Horrorfilm It Comes At Night inszeniert. Und ist davor, also ist das hier, Waves ist erst sein dritter Film. Davor hat er noch ein Drama gemacht namens Krischer, das kenne ich allerdings nicht. Scheint aber durchaus in eine ähnliche Kerbe zu schlagen. Und was man schon Waves auch anmerkt, dieser Mann ist auch so ein bisschen in die Schule von Terrence Malick gegangen. Also diesem sehr speziellen Arthouse-Regisseur, wo jetzt auch aktuell ein verborgenes Leben in den Kinos läuft. Oder wahrscheinlich er lief, weil er wahrscheinlich irgendwo kaum gelaufen ist. Und dadurch hat der Film durchaus natürlich schon eine sehr, es ist die Frage, also es ist durch und durch ein Indie-Film aus meiner Sicht. Ja. Aber der hat auch ein Stück weit was Formelhaftes, so in seiner Sparte, würde ich sagen. Also so habe ich es jedenfalls empfunden. Es sind halt so ein bisschen so typische Insignien, sage ich mal. Also du merkst die Merkmale von dem Regisseur quasi? Nicht nur die Merkmale von dem Regisseur, sondern generell so das Genre, die Art der Inszenierung. Da kommt halt vieles irgendwie zusammen. Also zum Beispiel auch, wie die Musik eingesetzt wird, wie die Kamera arbeitet. Ich weiß nicht, viele Kameraeinstellungen, beispielsweise eine sehr schöne Szene eigentlich am Strand, hat mich unglaublich an den Oscar-Gewinner Moonlight denken lassen müssen. Oh ja. Und ich glaube, der ist auch von A24 und die Szene ist sogar so ähnlich. Ich glaube, die Beleuchtung ist sehr, sehr ähnlich. Also man merkt auch, dass der Mann auch sehr beeinflusst ist wohl von dem Kino von Barry Jenkins, der ja Moonlight inszeniert hat. Und ich muss allerdings sagen, dass auch wenn das in manchen Momenten sich so ein bisschen wie so ein kleines künstlerisches Plagiat manchmal angefühlt hat, hat es mich gar nicht so gestört. Und ich fand, dass der durchaus auf seine Art recht bildgewaltig war an manchen Stellen. Aber in manchen Stellen, da ging das auch sehr nach hinten los, was die Kameraführung angeht. Also gerade am Anfang, wenn direkt die erste Aufnahme, glaube ich schon, die Kamera sich einfach wirklich nur im Kreis dreht. Und im Kreis dreht, dann war das schon mehrfach zu viel des Guten. Mir ist es teilweise fast schwindelig geworden. Die Person, die neben mir saß, hat sich die Augen zugehalten. Und das allein sagt meiner Meinung nach schon genug Negatives zu der Kameraführung aus. Ja, mir ist vor allem in der Mitte, also bei diesem Plottwist aufgefallen, da hat die Kamera einmal komplett das Bildformat geändert. Ah, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Presseverfügung auch der Fall war. Ja, ja, aber das ist ja durchaus dramaturgisch bedingt. Ja, aber ich habe es in dem Fall jetzt nicht so wirklich nachvollziehen können, warum man das da macht. Also selbst von der Dramaturgie her hat es meinen Augen jetzt nicht so richtig reingepasst in den Film. Ja, das sollte wahrscheinlich auch ein bisschen so zum Thema Wellen passen. Hoch, tief, breit, eng. Einfach mal so das Format wechseln. Ja, durchaus das, aber natürlich auch den Charakter widerspiegeln. Also wir haben ja dann diesen Wechsel irgendwann zu der anderen Figur. Ja, ohne jetzt zu viel. Es ist schwierig, darüber zu reden, aber wir versuchen es jetzt mal. Und da ist dann ja, also in der zweiten Hälfte des Films wird dann ja wirklich konsequent damit gespielt, dass dieses Bildformat sich Stück für Stück auftut, genauso wie diese Figur sich eigentlich auch immer mehr ihrer Umwelt öffnet. Das fand ich dramaturgisch eigentlich, also es ist jetzt nicht, wer weiß wie, subtil. Das muss man auch sagen, das ist für mich eigentlich so eines der Schlüsselworte bei diesem Film. Und der ist nicht sonderlich subtil. Und das überrascht einen schon eher bei so einem Indie-Drama mit eigentlich auch einer relativ unaufdringlichen Thematik. Es gibt zwar einige Szenen, die sehr lebensnah und wie gesagt unaufdringlich inszeniert sind. Und anderes wirkt dann aber doch irgendwie so ein bisschen, ja, wir können es halt so machen, weil wir es halt so machen können. Also da muss ich dann auch die Kamera an die Kandare nehmen. Da gibt es eine Szene irgendwie auf einer Party. Da schwenkt die Kamera irgendwie weg von unseren Hauptfiguren, um dann irgendwie in den Raum zu fahren, um dann sich wieder umzudrehen und wieder zu den Figuren zu gehen, aber durch so eine Durchreiche. Und das war, es ist halt so ein bisschen effektarischerisch, sage ich mal. Bisschen prätentiös. Ja, da ging das künstlerische Herz wahrscheinlich von dem Mann auf, aber ja, ich fand es an manchen Stellen nicht passend einfach. Das spiegelt halt auch ein bisschen so den ganzen Film wieder, dass man einfach mehr sein wollte, als man am Ende ist. Der ganze Film wollte mehr bieten, mehr tun, mehr versuchen und am Ende geht hier halt eben wirklich weniger wäre mehr gewesen. Ja, also man kann den schon als, an manchen Stellen als überinszeniert bezeichnen. Was ich allerdings interessant finde, dass es da auch so einen Bruch gibt in der Inszenierung. Also die erste Hälfte, die sich ja erst der männlichen Hauptfigur widmet, die ist ja wirklich schon, ich weiß nicht, ob ihr den Uncut Gems gesehen habt. Richtig, ja, habe ich gesehen. An den erinnert der teilweise so diese, also der Film ist ruhig erzählt, aber die Inszenierung ist halt sehr stressig, dynamisch und teilweise auch manchmal überfordern, teilweise auch zu viel, zu prätentiös. Das muss man jetzt nicht mögen, mir hat es allerdings gefallen, muss ich sagen, an vielen Stellen, weil es eben auch diesen Charakter, dieses Unruhige von diesem Teenager gut widergespiegelt hat. Und es hat dann ja auch abgenommen, als sich dann eben die Perspektive zu der weiblichen Hauptfigur verschiebt. Ja, aber ich fand, ja, aber ich fand diesen Cut, also quasi, wovon männlich auf weibliche Hauptperson das überspringt, das hat für mich ebenfalls, also wie die Kamera jetzt nicht so wirklich gepasst. Weil, auch wenn jetzt ich das gar nicht so schlecht finde, dass eine Person, die im Hintergrund erstmal agiert, dann später zur Hauptfigur wird, gefällt mir eigentlich im Grunde, aber hier fand ich das irgendwie ein bisschen abstoßend, weil ich zu der weiblichen Person im Grunde die erste Stunde überhaupt keinen Bezug hatte und sich das Ganze dann irgendwie so, ja, wie so ein Rad versucht weiterzudrehen auf Teufel komm raus und das hat für mich irgendwie nicht geklappt. Ja, das kann ich schon nachvollziehen, dass es emotional so ein bisschen schwierig war. Wir müssten aber vielleicht generell mal so ein bisschen über die Figuren quatschen. Ja. Da haben wir zum einen in der Hauptrolle diesen, wie heißt der denn jetzt nochmal, Moment. Calvin Harrison. Genau, Calvin Harrison. Ja, der spielt den Tyler, den Sohnemann, den jungen Sportler, der eine vielversprechende Karriere eventuell vor sich hat und eben einen strengen Vater hat, der es aber nur gut mit ihm meint und ihn eben zu Top-Leistungen pusht. Und das Ganze hat ein bisschen wie so ein Sportdrama angefangen, könnte man sagen. Da muss ich zugeben, hat mich der Film ehrlich gesagt direkt gepackt, weil ich das wirklich sehr gelungen fand, wie der Film am Anfang da die Beziehung zum Vater gezeigt hat, das Training dahinter. Also der Einstieg vom Film, muss ich zugeben, fand ich wirklich top. Als Sportdrama. Und darstellerisch. Genau, also als Sportdrama, der Anfang, absolut top. Davon hätte ich mir gerne mehr gewünscht. Wobei ich zugeben muss, darstellerisch fand ich den ganzen Film ziemlich stark. Also nicht nur den Hauptdarsteller, der war ja auch schon bei It Comes at Night mit an Bord vom selben Regisseur. Zum Beispiel auch Sterling K. Brown, den man ja auch durchaus kennt, der sein Vater spielt. Der kam mir sehr bekannt vor. Genau, genau. Ja, den kennt man aus zigtausend Sachen, unter anderem auch aus Black Panther. Und den fand ich tatsächlich sehr eindrücklich in seiner Rolle. Der hat am Anfang nicht so viel zu tun, hat dann in der zweiten Hälfte aber durchaus emotionale Szenen, wo auch so diese autoritäre Schale des Vaters so ein bisschen aufgebrochen wird. Ja. Das fand ich sehr stark. Ja, der Knackpunkt, sprich der Blood Twist, der hat dieser Figur, glaube ich, mit am besten gut getan. Weil die hat dann dadurch ein bisschen mehr Tiefe bekommen, als sie jetzt zum Anfang hatte. Weil am Anfang war der halt wirklich dieser trockene, durchtrainierte Typ, der nur seinen Erstgeborenen, sag ich mal, richtig pusht, damit er sich weiterentwickelt, damit er auch ein großer Sportler wird. Und das hat den halt von vornherein schon richtig unsympathisch gemacht. Und am Ende hat sich das Ganze dann nochmal um 180 gedreht. Ja, das war schon nicht schlecht. Auch die, die, die hat nicht so viel Screentime bekommen, aber zum Beispiel die Mutter fand ich auch nicht schlecht. Da gab es diese sehr zentrale Schlüsse-Szene, wo man halt wirklich merkt, dass die sich jetzt entfremden über dieser Tragödie, die wir jetzt nicht vorwegnehmen wollen für die Familie. Das fand ich tatsächlich noch sehr stark und eindrücklich gespielt. Generell fand ich auch die Szenen zwischen Calvin Harrison Jr. und dieser Alexa Demi ganz gut, also die seine Freundin spielt. Da wollen wir jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt halt eine Szene, wo sie miteinander chatten auf dem Handy. Also über, ja weiß ich nicht, WhatsApp oder Facebook Messenger oder was auch immer, genau, kennt man. Und da fand ich den Musikeinsatz tatsächlich sehr gut. Das war zwar auch wieder sehr, sehr plump, da lief dann irgendwie dieses, ach, irgendwie, I fucking hate you, but I love you oder so. Natürlich dann irgendwie auch sehr gefällig oder auch dann, als er dann später abhaut, läuft dann irgendwie I'm a Guard von Kanye West. Da wusste ich, das war mich sehr unangenehm an den Assassin's Creed Trailer denken lassen. Ja, stimmt, das war dieses Lied, das fällt mir jetzt auch gerade ein. Ja, ja. Ich war erst mal überlegen, ob es bei Black Panther irgendwie war. Musik war auch so ein Punkt bei dem Film, wo ich mir am Anfang gedacht habe, okay, cool. Nach dem zweiten Mal war es noch okay, aber irgendwann hat man es auch mit der Musik so übertrieben, dass ich mir gedacht habe, okay, ist gut, wir wissen, ihr wollt cool sein. Jetzt lasst es mit der Musik und macht weiter. Ja, also ich mochte den Musikeinsatz eigentlich ganz gerne. Es ist aber mit dem, wie mit der ganzen Inszenierung so, es ist wirklich so ein Auf und Ab. Du hast das Gefühl, du stehst bei diesem Film die ganze Zeit am Strand und Ebbe, Flut, Ebbe, Flut, Ebbe, Flut. Immer so ein bisschen. Und manchmal ist es zu viel, manchmal ist es zu wenig, manchmal ist es genau richtig. Das schwankt einfach unglaublich. Auch wenn für mich dann durchaus, bedingt auch durch die Schauspielerei schon mehr, dann auf der Haben-Seite ist, glaube ich, als bei euch. Ja, aber ich sage, die letzte Stunde war für mich komplette Ebbe irgendwie, weil da hat sich das Ding nur im Kreis gedreht, fand ich. Also da hätte man das Ding locker eine halbe Stunde kürzen können. Mindestens. Ja, das, die Länge, die Länge ist auch tatsächlich ein Problem. Also den Schuh muss sich der Film wirklich anziehen. Der ist, ist jetzt nicht ein Film, der jetzt irgendwie, wer weiß, wie plotlastig ist. Ich muss zugeben, die erste Hälfte, habe ich mir die ganze Zeit so überlegt, das hatte auch ein bisschen was von einer Soap. Also auch dieser, dieser Plot um ihn und seine Freundin, der hätte durchaus aus einer Soap sein können. Was dann aber schon besser ist, ist eben halt die Inszenierung. Also hatte ich ja gerade eben schon angesprochen, diese Szene, wo sie da Textnachrichten schreiben und die Musik läuft im Hintergrund. Und je mehr sich das zuspitzt, desto mehr gerät die Musik in den Hintergrund. Und als sie dann mit ihm per Messenger-Nachricht Schluss macht, verstummt die plötzlich einfach so. Das, das fand ich sehr gut getimt von der Musik. Es ist, wie gesagt, von der Musikauswahl ist es nicht sonderlich subtil und auch vielleicht ein bisschen plump, wie gewisse andere Sachen in diesem Film auch. Aber für mich hat es durchaus emotional funktioniert an der Stelle. Ja, die Szene fand ich auch ungewollt irgendwie ein bisschen lustig. Also an manchen Stellen war die wirklich lustig, weil man das vielleicht, weil das viele vielleicht aus dem Publikum so erkennen, wenn man textet, dann ist man vielleicht manchmal ein bisschen zu schnell mit seiner Klappe und schreibt dann halt so Sachen, die man so vielleicht nicht meint und die mit Mimik und Gestik vielleicht anders rüberkommen, als wenn man chattet. Ja, aber da muss man zugeben, dass das, was ihr jetzt gesagt habt, noch das Beste an der Szene war, weil der ganze Rest, gerade in der Beziehung der beiden, hat für mich absolut gar nicht gestimmt. Wenn man, wenn man die Story sieht, also wie gesagt, der Anfang ist noch gelungen mit den beiden, sie sind zusammen, alles schön und gut und dann nimmt der Film so seinen Lauf und dann kriegt das Ganze so einen richtigen Bruch rein, da wird das Ganze dann eigentlich fast schon kindisch, könnte man sagen, wo man sich denkt, Leute, ihr seid keine Teenies mehr, ihr seid zumindest volljährig, erwachsen, weiß ich nicht, Alter wird keins genannt, aber. Dürfen schon Auto fahren. Ja, genau, sie fahren Auto und da denkt man sich, ihr seid erwachsene Menschen, löst man so Probleme, kommuniziert man etwa so, man schüttelt einfach eher den Kopf, wenn man das Verhalten dieser Leute sieht und das hat einfach keinen Spaß gemacht, das anzusehen, wie dumm Menschen sind. Ja, das hatte für mich durchaus tatsächlich an der Stelle wirklich dann was Soapiges, wobei ich dann halt, also für mich hat es dann da zumindest dann die, die Inszenierung dann irgendwie noch gerettet, weil der Film ist eigentlich relativ ruhig erzählt, hat aber die ganze Zeit halt so dieses dynamische Pulsieren, ne, was, was dann von der Hauptfigur der, der ersten Hälfte einfach ausgeht. Da muss ich auch noch mal eine Szene hervorheben, die ich sehr schön fand, es wird ja gezeigt, dass er irgendwie, äh, Wrestler macht, äh, ist, äh, also jetzt, äh, Ringer, Ringer, genau, ja, ist ja, Ringer im weitesten Sinne, normales Ring, genau, nicht jetzt irgendwie Schaukampf, äh, ist jetzt kein The Rock oder so. Nee. Dieser, äh, John Cena, genau, und da fand ich, also, da hat man nicht viel von gesehen, da war halt auch wieder so dieser Sportfilm-Vibe, sag ich mal, aber was ich da sehr mochte, war die Kameraführung an der Stelle. Beim Kampf, oder wie? Ja, ja, genau, da war eine Stelle, wo er wirklich so von seinem Gegner auf den Boden gedrückt wird. Ja. Und, äh, das fand ich sehr intensiv und, äh, dynamisch auch gefilmt. Sehr schmerzhafte Szene auch. Genau, genau, ja, die, du hast wirklich so den, den Schmerz erfahren können in dem. Moment, ne, da, da kam's richtig rüber. Und das ist dann auch wieder der Teil, wo ich gesagt habe, dass, äh, dieser sportliche Drama-Anteil im Film noch der beste ist. Da hat es wirklich gut funktioniert und gepasst. Ja, der führt nur halt nirgendwo hin, ne? Nee, leider nicht. Er führt zu einem Punkt hin und man fragt sich dann, okay, was bedeutet das wohl? Wie geht das wohl weiter? Und dann wird dieser Handlungsstrang nie wieder aufgegriffen. Und der Film geht in eine komplett andere Richtung, die man eine Million Mal gesehen hat. Nicht nur im Kino, im deutschen Fernsehen sowieso, wie du gesagt hast, diese Doku-Soap, ne? Äh, da hab ich mir schon gedacht, okay, die Story, die interessiert mich nicht. Sowas will ich im Kino nicht sehen, sowas muss man im Kino nicht sehen, sowas gibt's überall. Du, du musst dich nur raus auf die Straße stellen und siehst genau solche Storys. Und das Ganze wird dann eben leider auch nicht mehr besser. Von dieser Teenie-Story, ja, geht's dann eben weiter zur nächsten Teenie-Story. Da kommt dann wieder ein bisschen was Familiäres mit dazu. Das ist, man könnte schon fast sagen, ein zielloses Hin und Her ohne Highlights. Ja, also die erste Stunde, würde ich jetzt mal sagen, die hat so ihre Highlights. Also wo wir uns relativ nur auf diesen einen Charakter fokussieren, auf die männliche Hauptrolle. Weil dann halt auch dieses, wie du schon gesagt hast, dieses Sportler-Drama ist relativ interessant. Das ist auch ein bisschen eine Intensität, auch mit der Beziehung zu seinem Vater. Aber, wie gesagt, dieser Knackpunkt dann in der Mitte, wo dann halt die Stimmungslage komplett in eine andere Richtung kippt, ist dann halt der Zeitpunkt, wo du gesagt hättest, du musst vielleicht aufhören, aber dann hätte es vielleicht dann nicht mehr zum Filmtitel gepasst. Von daher, man muss sagen, eventuell stimmt das, dass man da irgendwie so einen richtig krassen Cut in der Mitte machen musste, damit man diesen Filmtitel vielleicht so ein bisschen in den Vordergrund drückt. Aber, ja, wie gesagt, die Wirkung hat es bei mir komplett verfehlt. Definitiv. Also bei mir war es jetzt, also ich hatte auch schon gelesen, dass manche so Probleme haben, so emotional damit zu connecten. Das hatte ich jetzt nicht unbedingt. Ich fand gewisse Szenen, also was mir aufgefallen ist, jedes Mal, wenn sich die Inszenierung zurückgehalten hat und die Schauspieler im Vordergrund standen, also jetzt nicht irgendwie 100 Kameraschwenks und Indie-Popsong oder Rap-Song drüber, dann funktionierte der Film. Ja, die ruhigen Momente, die ruhigen Momente, da stimme ich dir zu, die haben wirklich, die haben es in sich teilweise. Ja, die waren dann auch gelungen. Vor allem mit, sehr später dann auch von Sterling K. Brown, ne? Ja. Der dann irgendwie mit seiner Tochter spielt. Mit seiner Tochter, ja, das war noch gut. Das war emotional sehr, sehr schön und auch, also generell muss man sagen, ist der Film schon gut gespielt. Wir haben auch ein relativ, er hat jetzt nicht wirklich viel zu tun, und man könnte ihn glatt für Jesse Eisenberg halten, nämlich Lucas Hedges. Ja, das war der Überraschungspunkt für mich im Film. Weil ich wusste nicht, dass der mit dem Cast steht. Und das ist wirklich so einer von meiner Favoriten, wenn es um Schauspieler geht, also um die aufstrebenden Schauspieler. Weil den finde ich spätestens ab Ben is back richtig geil. Und in dem Film spielt er halt so einen leicht dümmlichen Teenie. So ein bisschen naiv auch. Aber irgendwie, das passt irgendwie zu dem Typ komplett. Aber ja, manchmal ein bisschen zu overacted, aber ich mag den Typ einfach. Ja, gerade durch dieses Overacting hat dann auch die zweite Hälfte von dem Film sehr, sehr leiden müssen, meiner Meinung nach. Also nichts gegen den Schauspieler. Also Lucas Hedges, Top-Typ, sehr charismatisch. Und ich bin auch gespannt, was wir von dem in Zukunft noch sehen werden, weil da steckt definitiv eine Menge Potenzial drin. Aber das Zuschauen hat in dem Fall wehgetan, weil Story auch wieder so Hanebüchen und 0815 war. Du hast es auch im Kinosaal gemerkt. Du sitzt da, schaust dir das an und denkst dir nur, oh Gott. Das war teilweise wirklich ein bisschen peinlich, fand ich. Genau. Und das war schon an dem Punkt, wo der Zuschauer ausgestiegen ist. Und Minus und Minus ergibt zwar in Mathe Plus, aber wenn es um Filme geht, ist das ein doppeltes Minus. Ja, also ich meine, wir waren ja alle mal so richtig verliebt. Und ich glaube, Lucas Hedges ist halt einfach so ein Typ vor Körpern, der sich das erste Mal wirklich verliebt. Und dann halt in diese weibliche Hauptfigur. Und da muss ich sagen, also es hat mich ein bisschen angesprochen gefühlt. Weil diese Szenerie kennt man natürlich schon, das erste Mal so ein Mädchen anzusprechen. Das hat halt diese Szenerie so ein bisschen vermittelt. Aber nach und nach ist das dann halt so wirklich, ja, wie ich schon gesagt habe, leicht peinlich geworden. Habe ich jetzt tatsächlich nicht so empfunden. Also ich hatte eigentlich den Eindruck, dass die vor allem sehr gut harmonieren. Er und die Tochter. Und dass sie, da gab es viele Momente zwischen denen, wo gar nicht geredet werden musste. Die fand ich emotional sehr eindringlich und schön. Aber ja. Also Lucas Hedges sollte man sich warm halten. Also der ist ja auch, weiß nicht, ob ihr Manchester by the Sea gesehen habt, auch ein extrem empfehlenswertes Sozialdrama. Da ist ja ja Spitze drin gewesen. Also man kann nur einiges von dem erwarten. Dennis Beck kann ich auch empfehlen. Auch toller Film. Ist auf meiner Liste. Habt ihr ansonsten noch was zum Film? Sonst würden wir, glaube ich, so langsam zu einem Fazit kommen. Also ich hätte noch was ganz Einfaches. Der Film ist eigentlich zu lang. In meinen Augen. Ja, ja. Ja, das stimmt wirklich. Das gebe ich dir auch. Ja. Aber da sollten Peter und ich eventuell anmerken, wir haben in der Woche davor Just Mercy im Kino gesehen. Und der geht ähnlich lang. Also es sind auch über zwei Stunden. Der geht genauso lang. Und da hat der Kinosaal von vorne bis hinten wirklich aufmerksam und interessiert zugeschaut. So etwas fühlt man ja. Wenn der im Kinosaal drin sitzt, erkennst du ja anhand der Reaktionen, ist das Publikum drin? Ist es gelangweilt? Wie nimmt das Publikum den Film auf? Und bei Just Mercy hast du es gesehen und du hast auch mit den Kinomitarbeitern dann von denen erfahren, dass der Film super angekommen ist. Und bei Waves, da hast du eben gemerkt, dass das Publikum auch schon bei der Hälfte aussteigt, dass es am Ende gelangweilt war, dass es genervt war. Und also die Länge ist jetzt nicht das Problem an sich, sondern was man halt eben mit der Filmzeit macht, nämlich gar nichts. Und man muss noch anmerken, in der Sneak-Preview, als die vorbei war, da haben die Leute applaudiert. Aber es ist lauter Ironie, damit der Film endlich drin ist. Das ist wirklich so. Das habe ich noch nie erlebt, so was. In dem Film gibt es ja viele Szenen, gerade in der zweiten Hälfte, wo es kurz dunkel wird und dann das nächste Bild kommt. Und immer wenn es dunkel wurde und es dann weiterging, hast du gemerkt, wie ein Raum durchs Publikum ging. Und es ist einfach nur so ein richtiger Seufzer. Das kenne ich. Das Publikum hat nur darauf gewartet, dass der Film zu Ende ist. Und das hast du wirklich durch den ganzen Kinosaal gemerkt. Den Effekt hatte ich ironischerweise zuletzt bei einem Terrence-Malick-Film. Da schließt sich dann hier schön der Kreis. Ich kann auch sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hatte im Vorspann nämlich den Namen Clifton Collins Jr. gelesen. Den werden jetzt viele nicht kennen. Der hatte eine ganz kleine Nebenrolle in Once Upon a Time in Hollywood letztes Jahr. Und den kenne ich vor allem durch die HBO-Serie Westworld, wo er auch eine Nebenrolle hat. Und ich war ein bisschen enttäuscht, dass man ihn, glaube ich, nur in zwei Szenen sieht und er, glaube ich, nicht mal großartig was sagen darf. Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Und lassen die Wellen von uns spülen. Wer von euch möchte denn anfangen? Ja, dann drängel ich mich mal vor. Wozu? Also zu den ganzen anderen Filmen in letzter Zeit war das halt derjenige, wo dann so qualitativ mit der schlechteste war. Gut, er reiht sich jetzt ein in eine Liste mit Just Mercy, den ich richtig stark fand. Mit einem Bombshell, den ich gut fand. Also nicht so stark wie Just Mercy. Und dann davor noch 1917. 1917, also ich meine, da kann man als so kleines Drama eigentlich nur verlieren. Aber für mich schwebt halt noch die Tatsache nach, dass ich halt, wie gesagt, ohne Erwartungen reingegangen bin und dann schon relativ enttäuscht rauskam. Es war sehr träge, es war sehr langatmig. Zumindest die Schauspieler, die haben ihr Ding gut gemacht, fand ich. Vor allem Gruß an den Vater, der hat richtig stark gespielt. Aber für mich hat das im Endeffekt jetzt nicht für einen soliden Film gereicht, sondern eher für so einen Film leicht unter dem Durchschnitt. Also ich werde ihn jetzt nicht so großartig in Erinnerung behalten, außer vielleicht, dass in einem Kino applaudiert wurde, ironischerweise. Bei mir würde das Ganze am Ende zwei von fünf Punkten geben. Mehr nicht. Okay. Werner, the stage is yours. Also ich schließe mich Peter größtenteils an, werde allerdings ein bisschen weiter runtergehen, was die Wertung angeht. Oha. Denn mir persönlich hat der Film von dem vielversprechenden Anfang absolut gar nichts gegeben. Also schauspielerisch, wie wir ja gesagt haben, absolut solide, alle bis gut. Und er hat vielleicht hier und da so den einen oder anderen Moment. Aber insgesamt ist die Story viel zu flach, viel zu vorhersehbar. Die Charakter sind 0,8, 15. Der Film ist viel zu lang. Und am Ende hat er einfach nur noch genervt. Und ich weiß nicht, wann mich ein Film das letzte Mal wirklich genervt hat. Noch nie habe ich so ein Gefühl von Erlösung, als ein Film zu Ende war. Und dann applaudiert. Der ist hart. Ja. Und wie gesagt, am Anfang hat er mir gefallen. Deswegen, ja, ziemlich tief gefallen. Und landet am Ende bei mir bei anderthalb von fünf Sternen. Und ich bin froh, dass es vorbei ist. Oh, weia. Gut. Gut, dann muss man für meine Bewertung ... Ja, ich wollte die eigentlich in Wellenlängen vergeben heute. Ach so, in Wellenlängen. Ja, wir machen das immer ganz spaßig zum Film. Ja, für mich ist der Film auch zwiespältig. Auf der Haben-Seite ist dann allerdings doch mehr. Ich habe die Inszenierung teilweise schon genossen. Ich fand, der hat tolle, eindrückliche Bilder gehabt. Hat auch viele schöne, emotionale Momente gehabt, die für mich funktioniert haben. Er hat seine Längen. Er ist an manchen Stellen überinszenierter, als er für eine so relativ unaufgeregte Geschichte eigentlich sein müsste. Es hat allerdings durchaus raffiniert für mich die Figuren in ihrem Dasein widergespiegelt. Und ich kann verstehen, wenn man dem jetzt nicht so viel abgewinnen kann. Es ist jetzt auch kein Meisterwerk, was mir jetzt immer noch länger im Gedächtnis bleiben wird. Ich vergebe aber trotzdem wohlwollende 3 von 5 Wellenlängen für das Ganze, weil bis auf die ganzen Längen ... Also, der Film hat Längen. Vielleicht sollte er wirklich Wellenlängen heißen. Keine Ahnung. Wave Length oder so. Genau, ja. Kann man Wellenlängen in einer Anzahl messen? Also eher in Meter. Müsste 3 von 5 Meter geben. Ich glaube, es gibt, zumindest in der Physik gibt es, glaube ich, auch irgendwie eine Einheit für Wellenlängen. Aber ja, ich war nicht so toll in Physik. Aber bevor wir das fast jetzt noch aufmachen, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. War trotzdem eine sehr interessante Besprechung, wie ich fand. Sehr viele unterschiedliche Meinungen. Genau, sehr unterschiedliche Meinungen. Aber ja, so ist es halt. Ist ja durchaus auch ein Film, der Angriffsfläche bietet. So ist es ja nicht. Richtig, ja. Eigentlich ist es wirklich schade, weil der Cast ist wirklich gut, die Inszenierung genauso gut, aber halt eben inhaltlich passt es absolut gar nicht. Du hast die besten Zutaten, tust du sie aber nicht richtig mischen. Ja, oder vielleicht dann zu sehr anmischen dann manchmal. Also hatte ich ja gemeint, das ist Formelhaft. Da geht die ohne Tomatensauce. Formelhaft. Vielleicht auch manchmal zu gewollt. Ja. Das trifft es. Gut. Ja, weiß ich nicht. Ihr hattet ja, glaube ich, schon in euren letzten Cast Werbung für euch gemacht. Sonst könnt ihr das noch kurz tun. Und dann würden wir uns auch verabschieden, weil der Cast ist schon ziemlich lang geworden. Ja, das stimmt. Also mich, den Peter, mich findet er bei movieclubgermany.de, wie man schon hört. Es geht um Filme und Serien, hauptsächlich Filmkritiken, Neu-Trailer. Und Filmkritik zu Waves kommt natürlich auch, ganz klar. Und dann würde ich sagen, ich bin top zufrieden eigentlich mit dem Cast. Gerne mal wieder. Vor allem mit euch zwei. Okay, gerne. Werner? Ja, mein Projekt steht noch in den Startlöchern. Also ich werde im Laufe des Jahres einen YouTube-Channel aufmachen, aber erst muss ich meinen Umzug hinter mich bringen. Und dann habe ich auch die passende Location dafür. Aber bis dahin würde ich einfach nur Werbung für den Tele-Stammtisch machen. Also reinhören lohnt sich immer. Bleibt bei uns und euch alles Gute. Genau, kann ich nur verlängern. Bleibt uns treu. Okay, ich bin zum einen natürlich auch weiterhin hier beim Tele-Stammtisch, zum anderen auch bei den Kollegen von Movie Break. Da wird dann wahrscheinlich auch zeitnah zum Kinostart, der jetzt noch ein Weilchen hin ist. Ich sage lieber nicht, wann wir das Ganze hier aufnehmen. Wird dann wahrscheinlich auch noch eine Kritik zu Waves erscheinen. Außerdem noch andere Kritiken von mir in nächster Zeit. Mal gucken, was dann noch so auf uns zukommt. Werner, Peter, gern wieder. Gerne, ja. Sehr gerne. Ja, würde ich sagen, wir leiten weiter an die nächste Kritik. Macht's gut. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao zusammen. Ja, herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Hier ist der Max und ich habe heute die Freude, mit Lukas die Sky-Dokumentationsserie Master of Photography zu besprechen. Ich lese mal kurz den offiziellen Klappentext von Sky vor. Die erste europäische Castingshow für Fotografen geht in die vierte Runde. Acht Kandidaten aus sechs Ländern Europas nehmen die Herausforderung an und stellen sich dem Urteil einer hochkarätigen Jury. Wer kann die hochkarätige Jury dieses Jahr von sich überzeugen? Wer wird Master of Photography 2019 und gewinnt 100.000 Euro? Genau, das Ganze ist über Sky Ticket ab dem 28. Mai abrufbar und dann den linearen Starttermin am 1. Juni. Ja, Lukas, wie findest du die Serie? Jo, also erstmal moin moin erstmal. Also ich fand die Serie an sich erstmal, objektiv kann man sagen, ist halt sehr gut produziert auf jeden Fall. Und also man sieht, da ist ein sehr hoher Production Value dabei auf jeden Fall. Und ist auch gut gefilmt. Ich ein bisschen das Gefühl hatte war, dass es teilweise sehr gerafft wirkt alles, dass sich bei bestimmten Sachen nicht genug Zeit genommen wird oder zu viel Zeit genommen wird. Aber alles in allem fand ich es auf jeden Fall sehr interessant. Also man, vor allem weil schon, also es ist schon eher gemacht für Leute, die sich wirklich auch für Fotografie interessieren. Also man hat da, die Leute, die teilnehmen, sind halt nicht einfach irgendwelche Leute, die hier und dort mal gerne ein Foto machen. Sondern sind auch schon recht professionelle Leute, die sich quasi nochmal unter Beweis stellen wollen. Die, genau, und das ist ja alles mit sehr hochprofessionellem Equipment gemacht. Und es wird auch eigentlich auf alle Aspekte der Fotografie quasi, wird mit einbezogen. Also dass zum einen halt die Fotografie selber wichtig ist und dann aber auch die Nachbearbeitung oder auch das Vermitteln von bestimmten Messages innerhalb dieses Fotos. Ja, jetzt muss ich ja vorweg schicken, also man kennt mich ja jetzt hauptsächlich über den Tele-Stammtisch, über diesen Kanal. Aber ich bin ja Berufsfotograf, habe auch diverse Ausstellungen und so weiter und so fort. Also ich bin sozusagen ein, nennen wir es mal, ausgelernter Fotograf und habe da natürlich einen ganz anderen Zugang dazu. Und da gibt es natürlich ein paar Dinge, die ich persönlich, aber ich bin jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe für diese, nenne ich jetzt mal Ausscheidungsshow, genannt ist. Also es freut mich sehr. Fotografierst du auch amateurmäßig oder ist dein Bezug so? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt auch eine Spiegelreflexkamera zu Hause und mache auch hier und dort schon gerne Fotos auf jeden Fall. Also deswegen fand ich es auch interessant und konnte auch dann mit vielen, also ich konnte mit dem Grundlegenden was anfangen. Also die zeigen ja dann auch von den Fotos, die die Leute gemacht haben, mit welchem Shutter-Speed und mit welcher Blendengröße und mit welcher ISO und so das fotografiert worden ist. Ja, nee, das ist jetzt mir wichtig, also weil, also da in dem Bereich war ich jetzt nicht irgendwie, habe ich jetzt keinen Lernwert gehabt, sage ich jetzt mal. Was ich ganz gut finde, dass alle sozusagen dasselbe Equipment bekommen, also die haben ja alle denselben Rucksack, natürlich von einer großen Fotokameraherstellermarke gesponsert, ganz offensichtlich. Ja, offensichtlich. Und haben einfach nur zwei verschiedene Objektive zur Verfügung, was natürlich die Vergleichbarkeit für die Ergebnisse natürlich ein bisschen interessanter macht, also dass nicht jeder sein High-End-Equipment mitbringt und so weiter und so fort. Und ja, also ich meine, wir als Kritiker durften ja jetzt erstmal nur zwei Folgen sehen, also Folge 1 und Folge 2 von der Staffel 4. Hattest du Gelegenheit, weil ich habe kein Sky-Abo, vielleicht auch die anderen drei Staffeln, die also komplett bestückt sind, zu sichten oder hattest du auch keine Gelegenheit dazu? Nee, leider nicht. Also ich hatte früher Sky wegen meinen Eltern, aber mittlerweile haben wir es auch nicht mehr, also zumindest nicht mehr das Paket, weil es ja dann doch schon gut ins Geld geht irgendwann. Ja, weil, also das, was ich jetzt, gut, es sind glaube ich acht Teilnehmer am Anfang, es sind jetzt schon dann zwei ausgeschieden. Ich vermisse einfach die, ja, so eine Art persönliche Hintergrundinformation über die Fotografen selber. Also ich würde persönlich gerne auch deren sonstiges Portfolio sehen, also einfach so eine Art Folge, wo man einfach sieht, warum sind denn die acht überhaupt ausgewählt worden? Also was ist deren Spektrum? Das geht mir jetzt als Zuschauer, egal ob ich jetzt Berufsfotograf bin oder nicht, also einfach mehr Bezug zu diesen Leuten geben. Also momentan ist es für mich noch nicht so, dass man mit irgendeiner Person mitfiebert oder einfach sagt, wow, ja, das Spektrum von der Person ist ja wirklich großartig. Das finde ich so ein bisschen schade, sage ich jetzt mal. Aber ich weiß nicht, wie lange dauert eine Folge? 45 Minuten? Ja, ich glaube ungefähr 45 Minuten. Ja, da kannst du natürlich diesen ganzen Hintergrund nicht unbedingt auch noch reinpacken. Also ich vergleiche es jetzt mal mit irgendwelchen Koch-Contest-Shows hier in Deutschland oder Germany's Next Topmodel oder Superstar und so weiter und so fort. Da kriegt man halt immer so blitzlichtartig so ein bisschen Hintergrundinformationen von den, ja, Kombatanten. Und ja, das hätte ich als Bereicherung eigentlich relativ gut gefunden. Und ja, also das war ja in der ersten Folge so immer hier und dort ist das immer nur kurz angeschnitten worden, dass quasi die waren in der Challenge gerade. In der ersten Folge sind die ja in Rom unterwegs, glaube ich, da in der Ostia. Und dann werden die halt ein bisschen verfolgt und dann kommt nur kurz dann dieser Cut, wo die dann quasi im Studio stehen, wo die immer gefilmt werden und dann sagen die zwei Sätze über sich. Das weiß man halt nur. Also, aber ich habe auch das Gefühl, dass das nicht bei jedem war. Also ich konnte mich irgendwie noch an zwei, drei erinnern. Also da war einer irgendwie, da war ein Deutscher dabei auf jeden Fall und ein Holländer. Daran kann ich mich noch erinnern. Und dann haben die so zwei Fotos von denen so gezeigt, damit man so ungefähr sieht, so was deren Richtung ist. Aber da kann man auf jeden Fall wesentlich mehr machen. Vor allem in der zweiten Folge ist das dann halt auch komplett untergegangen so, dass dann da halt leider nicht mehr so viel Persönlichkeit durchkommt. Und was auf jeden Fall auch schade ist, weil, wie du schon gesagt hast, man will ja auch irgendwie, man hat ja gerne bei solchen Serien, ist das Wichtige ja auch, dass man mit irgendwen mitfiebert. Also natürlich ist die Sendung schon mehr darauf fokussiert, so recht ruhig und besonnen quasi diese Challenges zu vermitteln. Also, dass es jetzt ohne viel Drama oder ohne viel Hektik ist. Aber trotzdem muss man, glaube ich, bei so einer Castingshow trotzdem sich auf diese grundlegenden Regeln fixieren, dass der Zuschauer irgendwie halt so hooked ist und sich auch für jemanden interessiert und hofft, dass der weiterkommt oder so. Ja, genau. Also das fehlt mir. Und dann eben halt auf der anderen Seite, die Jury ist dann auch eigentlich immer relativ unisono. Also da gibt es dann auch jetzt nicht irgendwie eine Art Streitgespräch, wo so einer sagt, wow, aber der Fotograf ist doch outstanding und der andere nicht. Also ich meine, ich finde es ja angenehm, dass es so ruhig von der Veranstaltung ist und auch so vom Setting, dass sie dann wie in der Schule an ihren Schreibtischen sitzen und dann alle zusammen Bild bearbeiten müssen und so weiter und so fort. Ja, ich wüsste jetzt auch persönlich nicht, wie es ich jetzt anders machen würde. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass das Thema Fotografie grundsätzlich im Rahmen einer Wettbewerbsshow jetzt entdeckt wird, weil es ja wirklich das weltliebste Hobby ist. Also jeder fotografiert und kann sich unter Umständen da auch noch ein bisschen, ja, fortbilden, sag ich jetzt mal. Und dadurch, dass ja technisch nicht so wahnsinnig viel erklärt wird, also was haben die jetzt für Blitzlichtanlagen da stehen und was kann man mit denen machen und so weiter, könnte man höchstens hoffen, dass die Leute halt sagen, wow, cool, den Style von dem einen Fotografen, google ich mal, wie der denn das ungefähr gemacht haben könnte. Also ich glaube, es lädt auf jeden Fall ein, nochmal so ein bisschen dann Tutorials über die ein oder andere Technik vielleicht sich selber ranzuschaffen. Ja, auf jeden Fall. Und da ist mir dann auch aufgefallen, also ich meinte ja vorhin auch, dass es teilweise etwas gerafft wirkt und das merkt man halt zum einen halt bei den Mitstreitern, dass halt über die wenig gesagt wird. Und was mich ein bisschen noch gestört hat, ist halt, ich fand die Challenges an sich halt sehr interessant, auf jeden Fall, aber ich fand, die waren zu wenig beleuchtet. Also man als Zuschauer wusste nicht genau so, natürlich ist mit Fotografie immer auch viel Freiheit verbunden, aber dass man trotzdem ein bisschen mehr als Zuschauer so weiß, okay, danach wird ungefähr gesucht, so, weil im Endeffekt machen die halt Fotos und wie ich als Laie kann dann halt, kann halt nur sagen, ja, es sieht objektiv gut aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob das diese Message vermittelt, die es vermitteln soll, so. Und das ist mir dann gerade bei der zweiten Folge aufgefallen, dass die dann, da waren ja dann mit diesen Doubles die Shootings, wo die einmal die Person als, die Person, wie sie ist, ganz normal fotografiert haben. Und dann einmal, also die, die Personen haben halt immer einem Prominenten sehr ähnlich gesehen und sind dann halt so eingekleidet worden und dann sollten die die nochmal in einem anderen Licht quasi fotografieren. Und da habe ich jetzt nicht genau verstanden oder nicht genau gewusst, so, wonach wird jetzt gesucht, so, weil dann hinterher bei der Bewertung sagen die dann halt, das finde ich gut, das finde ich schlecht. Und ich sehe den Unterschied nicht so, was der, die Person jetzt anders gemacht hat, als die andere Person. Ja, eben, das finde ich eben auch, also die, die, dass die Jury das noch ein bisschen besser erklärt, also einfach für die Zuschauer, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, die Fotografen selber, die wissen dann schon ungefähr, was gemeint sein könnte und die Jury auch. Aber das transportiert sich eben nicht dem Zuschauer genau, das sehe ich genauso. Und, also, das klingt jetzt so ein bisschen, ja, nörglerisch, aber ich finde manchmal die Kamera, also die Videokamera, die das Ganze mitfilmt, rein von der Bildsprache und von den Details, die die Videokamera also on location findet, also gerade in Ostia oder da in diesem Nachtclub, in dem die ganzen Doubles fotografiert werden, streckenweise viel spannender und ästhetischer als das, was dann in dem Falle die Fotografen daraus tun. Weil, ich meine, es ist natürlich albern, wenn du eine riesengroße, ich nenne es jetzt mal Disco, mietest, also mit lauter Lichtern und Räumen und so weiter und so fort und dann die meisten Fotografen eigentlich Close-up Portraitaufnahmen gemacht haben, die du wirklich, wirklich in jedem Winkel einer Privatwohnung auch machen kannst, das ist jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Und, also, dass da nicht drüber diskutiert wird, also, dass die Jury da denen dann im Prinzip irgendwie auch ein Feedback gibt. Ja, was in dem Format auch so ein bisschen zu kurz kommt, also, es wird ja dann immer noch so ein Gastjuror eingeladen, der während der Bildbearbeitung, Bildauswahl sozusagen der Anwalt oder der Berater der Fotografen ist, um ihnen eine Entscheidungshilfe zu geben, was dann als letztes Bild oder letzte zwei Bilder der Jury vorgelegt werden soll. Und auch das kommt mir so ein bisschen zu kurz, ja, also, das sind so vielleicht ein, zwei Sätze, die ja da zuraunt und man kann damit jetzt nicht so viel anfangen, weil man einfach so diese Begründung oder das Hintergrundwissen fehlt einfach. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das Format eigentlich gut ist, aber vielleicht sollte man einfach sagen, okay, man probiert das Ganze vielleicht auf anderthalb Stunden zu dehnen und einfach noch mehr Backgroundwissen zu geben, ja. Ja, sehe ich auch so, vor allem, weil dann auch dieser Experte bei der Entscheidung hinterher gar nicht dabei ist, also, der ist eigentlich wirklich immer nur bei der Nachbearbeitung da und sagt, das Bild finde ich gut, nimm das Bild oder mach das Bild schwarz und weiß und das war es dann. Ich meine, da hat man den Experten im Endeffekt nicht da so. Also, ich fände es halt auch interessanter, wenn der Experte quasi, entweder, wenn der Experte am Anfang kommen würde und dann quasi stellt der die Challenge für diese Folge und die steht dann irgendwie im Namen von der Fotografie, die er macht oder sie macht. Oder halt andersrum, dass er dann hinterher noch bei der Entscheidung auch maßgeblich mitentscheidet halt und halt nicht nur bei dieser Nachbearbeitung da sagt, was er gut findet und was nicht. Ja, wobei der Porträtfotograf bei der zweiten Folge, der saß dann auch noch auf dieser Jury-Reihe, aber er hat einfach kein Gewicht gehabt. Aber, ja, wie gesagt, also, ich finde das Ding interessant. Ich finde es, wie du schon am Anfang gesagt hast, es ist hochwertig produziert. Es wäre einfach besser, da einfach noch mehr, ja, Hintergrundwissen, Fachwissen zu vermitteln. Also, warum wer was wie macht, finde ich persönlich viel lehrreicher. Weil, ich meine, ich muss gestehen, ich schaue mir auch sowas wie Kitchen Impossible und sonst was an und ziehe daraus viel mehr Ideen, ja, was kann man denn selber mal beim Kochen ausprobieren oder, oder, oder. Und da würde ich fast vermuten, dass jemand, der sich grundsätzlich für Fotografie interessiert, ein bisschen zu wenig Input momentan bekommt. Ich meine, spannender wird es, wenn man 45 Minuten dann nur noch für drei Fotografen übrig hat, also wenn es sich halt zum Schluss hin ausdünnt, ob dann einfach noch mehr Hintergrundwissen oder noch mehr, nennen wir es mal, Personality von der Jury als auch von den, ja, Fotografen selber irgendwie rüberkommt, ja. Ja, das stimmt natürlich. Also, ich könnte, ich vermute mal, dass dann umso weniger Leute da sind, dass dann in einer Folge dann vielleicht auch irgendwie zwei Challenges dann einfach irgendwann kommen oder halt beim Finale dann drei vielleicht sogar, dass sich das dann häuft. Aber, also ich glaube, was der Serie halt einfach guttun würde, wären diese klassischen Interviews von den Mitstreitern, die immer hin und wieder so zwischengeschnitten werden, so. Mhm. Also, die arbeiten ja eher mit so, ähm, so einem Background-Kommentar immer von den Leuten, während die gefilmt werden, aber jetzt nicht in diesem Interview-Format. Ja, ja. Was mich auch interessieren würde, ich meine, also Sie behaupten, dass das sozusagen in der nächsten Woche kommt dann die und die Challenge, ähm, aber das ist dann eher so Making-of-Interesse. Also, haben die wirklich sechs Wochen und sie treffen sich nur an einem Tag, also haben sechs Tage Pause dazwischen oder vielleicht ist das Ding dann doch vielleicht in, was weiß ich, zehn Tagen am Stück abgedreht worden. Also, ich verstehe jetzt nicht so ganz genau, was jetzt diese Wochenabstände, also wenn die jetzt auch so formuliert werden, also sie haben jetzt eine Woche Zeit und so weiter, keine Ahnung. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wenn es gesendet würde und ich ein Sky-Abo hätte, würde ich mir, glaube ich, alle acht Folgen durchschauen, weil es mich einfach interessiert, wie es ausgeht. Und eben genau diese, was ich jetzt momentan in den ersten beiden Folgen noch vermisse, also ob, 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 ob diese Erwartung dann vielleicht einfach später erfüllt wird, also wenn es ausgedünnt wird, klingt auf jeden Fall interessant. Und ich meine, 100.000 Euro ist auch eine Schlange Geld für einen Fotografen, finde ich auch sehr praktisch. Ja, sehe ich genauso. Also, das wäre jetzt auch eine Serie, ich würde die auf jeden Fall schauen, weil es halt trotzdem interessant war und weil ich auch allgemein dieses, ähm, Kerngebiet Fotografie halt sehr interessant finde. Und auch wenn da halt ein bisschen die Persönlichkeit fehlt, ist er trotzdem schon interessant und man kann es auf jeden Fall gut auch wegschauen. Also, ich glaube, könnte auch so eine Serie sein, die man so ein bisschen nebenher gucken könnte, während man was anderes macht, so. Absolut, ja. Also, ich würde aber dennoch dem Ding, wir haben ja fünf Sterne als Maximalwertung, zweieinhalb Sterne, nee, drei Sterne. Ich gebe ihm drei Sterne, weil es ist ausbaufähig, aber es ist einfach unterhaltsam. Also, das ist schon okay so. Ja, da gehe ich auf jeden Fall auch d'accord mit, weil das ist ja, wie gesagt, technisch ist das ja, kommen wir auf einem wirklich, wirklich guten Level, also man kann sich das halt super gut angucken und ist dann halt nur in der Tief, also da fehlt halt einfach noch quasi ein bisschen der Tiefgang, aber das ist ja auch ausbaufähig. Ja, okay, also alle, die Sky-Ticket haben, können die Staffel ab dem 28. Mai gucken und alle, die ein Sky 1 haben, lese ich ja gerade, die müssen noch bis zum 1. Juni warten. Ja, dann verabschiede ich mich für heute von euch und von dir, lieber Lukas, hat mir eine große Freude gemacht. Ja, mir auch. Und wie in diesen Zeiten natürlich der große Wunsch und Gruß ist, bleibt alle gesund. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020